Nun ist der Tag gekommen, das letzte Sondervideo, das letzte Video allgemein, das Ende unserer gemeinsamen Reise. Und nein, ich bin nicht Gandalf. Ich bin kein emotionaler Mensch und ich hänge nicht an dem, was war. Stattdessen schaue ich gerne nach vorne und konzentriere mich auf das, was kommt. Das werden wir heute auch zusammen tun, wie der Titel des Videos es so schön anteest. Wenn ich in Sachen Marvel über die kommenden Jahre nachdenke, dann sehe ich ein nicht endendes Meer an neuen Filmen, an Serien, Figuren und so vielen Geschichten, die uns die Marvel Studios, Marvel Television und Co. erzählen werden. Das MCU wird sich weiter entfalten, daran arbeiten, noch eins draufzusetzen nach der Infinity Saga, was zwar ein schwerer Job wird, aber das packen die schon. Die Studios werden durch Disney Plus ein neues Storytelling-Tool dazu bekommen, wo wir uns sicher sein können, dass sie uns ziemlich überraschen werden. Die neuen Properties werden die Welt weiter bereichern und ich habe keine Zweifel daran, dass sie uns visuell allgemein immer wieder flashen werden. Mit neuer Technik, mit neuen visuellen Konzepten und auch einfach nur mit der Art und Weise, wie sie zukünftig neue Figuren umsetzen und realisieren. Die Marvel Studios sind in meinen Augen safe und wenn sie Phase 4 erfolgreich ausführen, dann hat der Run des Studios kein echtes Ende in Sicht. Wenn es ihnen gelingt, die eigenen Filme frisch zu halten und damit die Fatigue zu umgehen, dann gibt es nichts, was Feige und Co. aufhalten könnte. Marvel Television wird weiter die meiner Meinung nach unterschätzte Heimat qualitativ hochwertiger Stories bleiben. Ich habe lange auf Marvel es versucht durch Reviews und Easter Eggs zu zeigen, dass das MTU, MNU und MHU Teil des MCUs sind, doch im Laufe der Zeit hat man den einseitigen Disconnect immer deutlicher gespürt und wie neulich in der Suprema-Folge erklärt, für mich persönlich war das Blade-Casting der finale Schlussstrich. Das ist für mich das Ausrufezeichen hinter der Aussage, MNU, MTU und Co. orientieren sich zwar am Cinematic Universe, doch das MCU selbst betrachtet die kleinen Geschwister nicht wirklich als Familienmitglieder. Auch wenn Charvis aus Agent Carter drüber geholt wurde. Die Show würde ich aber inzwischen als Grauzone zwischen MTU und MCU bezeichnen, beziehungsweise sie in die Serienwelt schieben, zu der die Disney-Plus-Landschaft gehören wird. Nennen wir es jetzt mal MDU. Und ja, Agent Carter und AOS haben Berührpunkte, daher die Grauzonen-Definition. Und ja, Marvel Television soll Shows für Disney-Plus produzieren. Das alles ändert nichts daran, dass die Marvel Studios am Ende eine separat agierende und denkende Einheit sind. Grundsätzlich ist es aber alles halb so wild, denn Fandoms machen sich hier sowieso mehr Gedanken drüber, als es teilweise notwendig ist. Die meisten Geschichten funktionieren, egal wie sie sich selbst im Kontext zu anderen Shows oder Filmen darstellen. Das ist das Einzige, was am Ende wirklich zählt. Bei Sony habe ich große Zuversicht mit dem Animated Universe. Das Venomverse auf der anderen Seite wird sicher interessant. Ob es ein langes, erfolgreiches Universe wird, werden wir sehen. Erwarte ich aber jetzt nicht unbedingt. Solange modern denkende, progressive Menschen entgegen kultureller Entwicklungen diese Teilwelten vorantreiben, unterstützen und beleben, wird immer Wachstum und zunehmende Qualität zu sehen und spüren sein. Da unterscheide ich auch nicht zwischen Produktionsstudios. Das ist eine allgemeingültige Aussage. Und ich persönlich werde jetzt dann erst mal Abstand nehmen. Abstand von YouTube und den sozialen Medien. Mir persönlich gefällt es gar nicht, wo sich diese Plattformen hin entwickeln, welche Zeitgeister sich durchsetzen und gepusht werden und welche Trends und Video-Styles sich nicht nur im 5-Minuten-Takt gegenseitig überholen bzw. ausstechen, sondern für vor allem jüngere Zuschauer eine falsche Vorbildfunktion einnehmen, wo bei mir jede Form von Alarm im Kopf losgeht. Social-Media-Plattformen sind auf der einen Seite unabdingbar, man wird niemals ganz davon loskommen. Auf der anderen Seite sind das alles lediglich Symptome mehrerer Generationen, die klassische Werte zunehmend mehr verlieren und ignorieren, weil es nicht mehr in die Zeit passt. Der Vergleich steht über der eigenen Person, Zahlen über der Qualität einer spürbaren Verbindung, sozialer Zwang, Überanstand und Manieren. Und ja, es gibt Gegenbewegungen dazu, doch wenn wir ganz ehrlich sind, sind das meistens eher Pseudo-Bewegungen im Hipster-Style und die Echten sind zu marginal, um echte Wirkung zu haben. Noch gebe ich die Hoffnung aber nicht auf, dass sich da wieder was ändert. Vielleicht braucht es noch einen größeren Knall im globalen Maßstab, dass sich der jetzige Zeitgeist wieder von den extremen Entwicklungen entfernt. Ich werde auch Abstand zu Marvel nehmen, nicht wie es sich jetzt im ersten Moment anhört. Hiermit meine ich das Fan-Argument, das ich schon häufig erwähnt habe. Ich will wieder Fan sein. Das heißt, Trailer sind nun kein Muss mehr, es gibt mehr Raum für Überraschungen. Kinostart ist kein bindender Termin mehr. Nachbearbeitung findet nur noch im Kopf statt, Diskussionen mal auf privater Ebene, aber mehr nicht. Und eine Marvel-Thematik wird mich jetzt nicht mehr ein bis zwei Monate verfolgen, wie es im Zuge von Marvel ist häufig der Fall war. Das alles klingt einfach nur super und ich freue mich darauf, wieder derartig die Produktionen genießen zu können. Ich werde nach Marvel ist ordentlich ausmisten. Comics kommen weg, meine Marvel ist Setups werden zerlegt, mein Marvel ist Bilderarchiv wird geleert und allgemein einfach Platz geschaffen für Neues. Plan ist Raum zu kreieren, wo sich neue Kreativität entfalten und neu ausdrücken kann. Dafür müssen alte, nun vergangene Sachen dann eben weichen. Wie die neuen Abenteuer ausschauen, kann ich noch nicht sagen, was diese Veränderung für mich noch so viel besser macht. Möglich wäre, dass ich der Musik wieder mehr Aufmerksamkeit schenke, Fotografie wird eine größere Rolle spielen, mehr Zeichnen, mehr Digitales Malen, mehr sportliche Aktivitäten, mehr Lesen, mehr Lernen, Kurzfilme, kleine Dokus, die Überlegung nochmal irgendwas mit Marvel in der Zukunft zu machen, ist noch vorhanden. Wenn, dann würde das aber entweder komplett anders ausschauen, eher in Richtung reiner Podcast oder ich würde komplett im Hintergrund rein die Produktion für jemanden übernehmen. Wobei ich im Moment, wie gesagt, nicht allzu sehr über diese Option nachdenke. Also bitte keine kurz- oder mittelfristigen Hoffnungen machen. Sorry. Ideen sind auf jeden Fall genug da, doch es gibt keinen Zwang bzw. selbstgemachten Druck mehr. Alles geht dann über in einen natürlichen Flow. Die Persona Ryan Capps weicht wieder etwas zur Seite für den echten Florian. Dieser Übergang alleine klingt nach einem ultra spannenden Abenteuer für mich und ich kann nicht erwarten, es anzugehen und diesen neuen Abschnitt zu erforschen. Wie geht es nun weiter mit diesem Kanal? Wie gesagt, heute kommt das wirklich letzte Video. Ich werde bis Ende August noch einigermaßen aktiv sein und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich noch sieben kleine Giveaways raushauen möchte. Konkreter gesagt geht es hier um vier Marvel Comics, die alle ein von mir gezeichnetes Cover haben und die Marvel-Leinwände, die in den alten Videos hinter mir an der Wand hingen. Die bekommen alle eine kleine Signatur und werden einzeln eben dann verschickt. Eine große Aufgabe werde ich hierfür nicht mehr stellen. Schreibt einfach eine Chatnachricht oder einen Kommentar, seit wann ihr circa Marvelous verfolgt habt und welches Giveaway-Stück ihr gerne hättet. Dann suche ich das der Reihe nach raus und kontaktiere euch für Adressen und so weiter. Und auch wenn ihr eventuell die Comics nicht bekommt oder zu spät seid, halb so schlimm, dann schicke ich euch einen kleinen Pack Marvelous und Mainframe-Sticker zu, solange da noch was da ist. Ab Samstag werde ich sukzessiv die Kommentarfunktionen der Videos einstellen, weil ich langfristig nicht mehr wirklich aktiv sein werde und auch nicht vorhabe, durch spätere Kommentare immer wieder reingezogen zu werden. Das heißt, die Videos bleiben erhalten, bis YouTube zerfällt, aber die Kommentare werden zeitnah wegfallen. Nun bleibt nur noch eins zu tun und zwar Danke zu sagen. Heute ging es zwar um die Zukunft, die wäre aber niemals eingetreten, wenn so viele von euch nicht über den Kanal gestolpert wären und diese Erfahrung so besonders gemacht hätten. Hier würde ich am liebsten jeden einzelnen namentlich erwähnen, das würde aber niemals hinhauen. Spezielle Shoutsout gehen an den Marcel, den Dennis, die B, den Vincenzo, A-Pop, die Eva, Thomas Katarata und so viele mehr. Vielen lieben Dank für die vielen Kommentare, für die tollen Unterhaltungen, das Feedback, Vorschläge und so weiter. Egal, ob ihr seit Beginn des Kanals dabei oder erst kürzlich dazugestoßen seid, vielen lieben Dank. Danke für euer Interesse an Marvel-Inhalten und speziell auch an meinen Marvelous-Inhalten. Ich hoffe, dass die Videos für einige von euch interessant waren, dass ihr teilweise was Neues lernen konntet und auch für eure Fan-Leidenschaft langfristig was mitnehmen könnt. Und solltet ihr überlegen, selbst einen Kanal zu machen, dann sage ich euch ganz einfach, macht es, probiert es und habt Spaß dabei. Wie Tony es so perfekt gesagt hat, part of the journey is the end. Und dort sind wir nun angekommen. Also wirklich angekommen. In diesem Sinne ein letztes Mal vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut, bleibt sauber und ein finales Caps out.